Halt's Maul Find ich super Oh oh Was ich für einen Schrott zusammenfahre, das ist echt krass Hauptsache nicht wieder zu den Bullen So Ja genau So Auf dem Stadium Boulevard Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen Äh, Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet So wie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung Auf weitere Infos Warten Nein Das darf ja wohl nicht wahr sein Ich glaube er brennt da gut Ich weiß nicht ob es noch aufnimmt, aber es ist gerade abgekappt Cool Hallihallo Willkommen zurück nach diesem kleinen Crash Ich Ich Habe 11.15.000 Ja, toll Ja, alle Meilensteine sind wieder weg Super, toll, dankeschön du Scheißgame, hey man Das darf ja echt wohl nicht wahr sein Das darf ja echt wohl nicht wahr sein Weißt wir haben über eine Million und Die sind schwulen Meilensteine und dann kackt das Spiel wieder ab, hey Man Kann sich mal am Arsch lecken Sind wir eigentlich nach Stufe 5 mit dem? Ich weiß es gar nicht Ja Vom letzten Mal sprechen her Ach komm Ist echt gammelig Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal die Radarfallein 241 Und wenn wir noch nie mit dem Mercedes gefahren sind Habe ich mir gedacht, fahren wir doch mal mit dem Mercedes Der natürlich sowas von Scheiß Hatsch hat Und sich auch dementsprechend fährt So Ja Ja, schon besser Ja, schon besser Ich kann nicht glauben, wieviel KMH wir da brauchen Aber ein bisschen was wird schon gewesen sein Das heißt, wir fahren mal von da hinten an An alle Streifeneinheiten Wir haben eine Meldung erhalten über ein zu schnelles Fahrzeug in Richtung Norden auf der Lennox Road Einheiten im Zielgebiet ohne Priorität bitte melden und zum Einsatzort begeben Sehr gut Nummer 1 320 Da komm ich mit dem nicht dran Den finden wir auch von vorne nicht schön Die willst du da bitte 320 fahren Na, hier haben wir es geschafft, okay Ja Perfekt gedreht Perfekt gedreht So Zurück zum Unterschlupf Augen Auswahl Denne brauchen wir Speichern, ja Ja Wetter Blacklist 15 Meilensteine Meilensteine 320 kmh Go Aber wir werden definitiv von der anderen Seite anfangen Das weiß ich jetzt schon Das weiß ich jetzt schon Da brauchen wir eigentlich hier gar kein Nass verschwenden Und hier hast du viele geile Strecke Und hier hast du viele geile Strecke Und Sobald die Ampel auf grün schalt Das sie nicht wird, weil sie blinkt Also Einfach nur so Das ist so Die Das ist doch ganz schön lang Aber wir annoin Über الم Karthake Aber nixen sind wir drin Und jetzt wird es gleich nen fetten Krach geben schon eingebremst gut zu meinen Steine geht uns natürlich noch einer ab den wir eigentlich schon hätten sind gleich jetzt wirklich nach jedem Ding es ist echt fies gewesen naja nochmal probieren also das unter 2 Minuten ist gar kein Thema aber halt die 58.000 also am leichtesten sind die 58.000 von denen wir glaube ich machen wir das machen müssen wir so und so also machen wir es gleich dann haben wir es hoffentlich wieder hinter uns irgendwie ist passiert nochmal sowas wie gerade eben da war jemand einfallsreich dann kommt man rangerutscht auf den Steine da dann verlieren wir ihn wartet ich schieb ihn von der Straße gute Idee was kommt denn alles da her die straßensperre hat nichts gebracht verdächtiger ist weiter auf der flucht die wir haben eine straßensperre vor euch errichtet wir sind immer noch auf großen Reihen es ist entwischt ich probiere jetzt so ziemlich jeden Kopf anzufahren Hauptsache dass wir schnell die Kopf das Kopfgeld zusammen haben ich glaube wir können ihn jetzt stoppen wir landen er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge geknacht der Verkehr macht mir nicht zu schaffen ich muss vom Gas gehen ich muss er vom Gas gehen der Arme so schaut es aus so 345 haben wir verteilt euch wir nehmen uns jetzt vor 500.000 oder so verdächtiges Fahrzeug ist trotz Sperre durchgebrochen Zulu 12 bin am Einsatz alt so er ist durch er ist durch haltet durch wir werden uns was anderes einfallen lassen ja das wirst du wohl machen müssen wenn sich die Chance bietet mache ich ein Glückmanöver was macht ihr für einen Manöver Zentrale wir fliegen schon auf Reserve wir können nicht mehr lande oben bleiben wenn das Fahrzeug nicht schnell stoppen sonst müssen wir die Verfolgung abbrechen schickst du den Nummern vor dir ich brauche schwere Unterstützung wir haben ihn der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettet 3 Delta 10 und alle Verfolger wir haben die Strecke vor euch abgesperrt achte auf euer Tempo jup Code 6 Fahrzeug verloren regelt sofort den Sektor ab ein bisschen verarschen der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung auf dem Campus da ist nichts da ist nichts da ist was du bist alleine wir müssen nicht einkreisen du bist alleine wir müssen nicht einkreisen ich habe meine gesamte Verstärkung verloren äh ist das jemand verfügbar Verstärkung ist ein paar Minuten vor ARA 20 haltet durch Charlie 15 komm mal schnell südlich ERA 20 was lauten die so 10 44 10 44 brauche Rhinne Unterstützung hast du doch gerade gehabt was bist du denn für ein Weichei er ist direkt an mir vorbeigedrettert er ist jetzt nicht einkreisen wo ist es egal wo ist es die 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 Okay. Nein. So bitte in Zukunft nicht mehr. 75. Ah, okay, 75. Nein, keine neuen Cops jetzt bitte. Nein. Komm schon. Fuck. Ach du Scheiße, hast du mich zerfetzt. Wir sind am Einsatzort. Wir sind folgendem Film. Er blockiert mich. Nimm mich an ihn ran. So, ein Tropfbild haben wir. Jetzt müssen wir nur noch wegkommen. Einheit aufgefallen. Wir ohne Einheit aufgefallen. Ich fürchte, die müssen wir jetzt mal fertig fahren. Alle verfügbaren einhalten und schicken sie mit Tod bei. 4-3-10. Wir haben die Strecke von dem Verdächtigen abgesperrt. Was zum Winkern. Der fehlt weiter. So. Er regnet noch eine Scharsenschmerre. Cross. Was wollte denn der gerade? Der ist rückwärts gefahren. Ja. Lass mich jetzt fahren, da. Ich muss euch loswerden hier. Ich hab noch 12 Minuten. Der hat mich das erste Mal richtig gerutscht. Alle Verfolgereinheiten. Haltet euch vor der Straßensperre rechts. Links liegen 10 67er. Verstanden. Schale Ende. So. Ich muss dieser schwule Hubschauer mal wieder aufladen und fliegen vielleicht.